Helikopter Richtung Debugzone unterwegs, höre ich. Sehen tue ich ihn nicht. So, ich komme jetzt zu dir gefahren. Ich bin im APC Tower. Da gehts ja gar nicht rein. Hol mich bei der Feuerwache bitte ab. Du kannst da hochklettern. Aber da liegt wahrscheinlich nichts drin. Da liegt nie was drauf. Ich guck mal kurz im Bus rein, wie der ausguckt. Ah, ich muss da noch mal was gucken bei dem hier. Der Bus fährt nämlich. Ich bin in der Stadt neben der Feuerwache. Hufschrauber unterwegs Richtung Zelle. Ist kein Yui, sondern ein... Doch, ist ein Yui. Ich halte im Industriegebiet an. Da muss es nicht zu übersehen. Steht quasi halb auf der Straße. War in dem Barack noch irgendwas? Nein. Ist nur eine Baracke. Zumindest kann man hier die Zombies überfahren. Hast du noch Aussätze für eine M16 übrig? Äh, ich glaube wohl. Wüsste ich meine erst holen. Die soll mit abbauen. Naja, was? Hier fahren übrigens gleich mit deiner Caravada. Wobei der Bus hat mehr Tank. Dieser ist halb voll. Ah, ok. Dann fahren wir doch mit ein. Und alle grün. Halt mal bitte beim Bus an. Ich geh nochmal kurz in das Eckhaus. Ach, nicht in das Haus hier. Nix drin. Ich komme. Hallo. 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 Fahr irgendwo mal im Wald rein. Damit wir meine Fleisch braten können. Hm. War ungern so direkt hier am Airfield. Wer ist da killed? Ich. Mal wieder. Nur noch? Ne, mal wieder. Hast du dir überhaupt ne Axt? Ich. Mal wieder. Ja. Ok. Heli. Ich muss meine Effekte umherstellen. Ah, jetzt höre ich ihn auch wieder. Ich will gar nicht aborten. Was will der denn von hier? Ich werde aber auch bald aufmachen. Ich muss morgen wieder in die Schule. Scheiße. Ja, ich auch gleich. Muss er auch zur Schule. Brauchen wir auch so eine Streichholzschacht? Achso, jetzt geht's los. Riesen-Deasing. Ja. Wie viel Fleisch hast du denn dabei? Vier. Vier. Zwei. Du könntest doch noch irgendwas in die Luft jagen. Ich hab nur ne Setschen-Charge gefunden. Haha. Du hast ne Sorge gefunden. Krank oder Scheiß. Ja. Aber nur ein Mech. Aber gut. Ich tu in dein Rucksack zwei Fleisch. Kein Platz mehr. Na schon. Hast du M24 Mechs oder gar sogar den R-Max? M24? Ne, hab ich nicht. Weiß nicht. Das ist der Scheiß. Oh Mann. Ah, hier gibt's ja kein Gear. Ich will ja von innen machen. Guck den Motten. Ich fühl keinen F5000 Autorin. Okay. Wir wollen doch jetzt beide ausloggen da morgenschule essen, wie wir uns wahrscheinlich noch drauf vorbereiten wollen. Videos gucken, äh, Videos gucken wollen und so. Dann, äh, vertrau mir mal, äh, das wohin ich jetzt fahre. Da locken wir uns am besten aus. Okay. Und cool. Im Wald muss ich mal Innensicht nehmen. Aber trotzdem ein bisschen eng, da die deutschen Wälder doch, äh, schon sehr gut bewachsen sind. Ich muss mal wieder den Eurotalk Simulator spielen, fällt mir grad auf. Du bist übrigens ein cooler Partner, bin auch so wie dem, den ich gestern gespielt habe. Macht Spaß. Das ist gut. Wobei auf Zelle gibt's jetzt kaum noch was zu erkunden, nur da ich noch nie einen, äh, wo das alles wieder so laut Schutzschütten in der Hand hatte. Wir können gleich wieder reden, wenn wir auf Gras fahren. Dauert nicht lange. Okay. Irgendwie vollstörend, wenn die Effekte zu laut sind, aber ansonsten wollte ich nicht so viel hören. Elikopter. Nice. Sieht sogar einigermaßen heiler aus. Der hat nix zu bedeuten. Ah, stimmt leider. Schön Helikopter. Ja, der ist grad dran vorbeigeflogen. Du hast doch 5 Liter dabei. Mit dem Auto. Hältst du mit 5 Liter? Da kommt sie nicht weiter. Wenn ich gleich mit dem Helikopterfliege fliege, äh, fahren wir mal hinterher, bitte. Warum kann ich den nicht betanken? Wahrscheinlich. Egal, wir fahren mit dem Auto. Exit. So, jetzt können wir uns unterhalten. Wir fahren erstmal eine Weile lang. Oft ein grün. Das ist gut. Ich fahr uns so quasi ans äußerste Ende der Debug-Zone. Warum lebe ich mit Alkohol länger als ohne? Gestern bin ich dreimal verreckt in der Zeit wie heute. Und da die nix in dos. Hm. Ding wurde daran, dass mein Kumpel bezahlt hat, nicht ich. Oder daran, dass wir niemanden getroffen haben unterwegs. Deck doch nicht immer gleich die Wahrheit auf. Gut, ich hab zwei Leute überfahren, aber... Zwei? Jaja. Kann mich nur an einer erinnern. Ja, ich habe den Kultrum geballert. Dann hat er gesagt, der andere ist die Krube. Einfach so weit. »Abertailler« 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 Deine Erkältung geht mir voll auf den Sack Wir auch Sag jetzt nicht die Entschlussrote Aussteigen Jupp Naja Können wir uns auch hier ausschlagen Ja Weißt du was lustig ist? Gestern habe ich mich aus Nein Ich werde noch sehr viel weiter gefahren 5km Gestern habe ich auch am Ende ein Auto kaputt gemacht Jetzt kannst du dich nicht ausloggen Du aber auch nicht Doch doch Ich bin doch nicht im Combat Jetzt bin ich im Combat Das ist es Das ist es Das ist es Vielen Dank.